Kanal 3, Ihr Fernsehen für die Region. Informationen aus und für die Region. Wir halten Sie am Laufenden. Kanal 3 empfangen Sie via Kabelnetz, dvpt und im Internet unter www.kanal3.tv. Von A wie Apfelberg bis Z wie Zeltweg erreichen wir via Kabel 25 Gemeinden in zwei Bezirken und können so rund 60.000 Zusehern unser Programm nach Hause liefern. Via dvpt können wir mit unseren vier Sendeanlagen die gesamte Murmürzführer abdecken, somit von Judenburg bis Königsberg und haben eine technische Reichweite von über 150.000 Zusehern. Neben unserer Wochensendung, die immer aktuell ist, mit Themen und Schwerpunkten aus Wirtschaft, Politik, Sport und Kultur gibt es auch unser Eventmagazin. Wir sind bei jeder Veranstaltung mit dabei und halten die schönsten Momente mit unserer Kamera für Sie fest. Neben unserer regionalen Berichterstattung produzieren wir für Sie auch gerne einen individuell auf Sie abgestimmten Werbespot. Möchten Sie Ihr Unternehmen ins rechte Licht rücken, dann haben wir für Sie die Antwort, einen professionellen Imagefilm. Übrigens werden alle unsere Berichte, Imagefilme und Werbespots in Full HD produziert. Alle Informationen rund um unseren Fernsehsender, die genaue Preisliste und die verschiedenen Werbemöglichkeiten finden Sie im Internet unter www.kanal3.tv. Und wir freuen uns natürlich auch über Ihr persönliches Feedback zu unseren Sendungen. Dazu schreiben Sie uns einfach ein E-Mail an Redaktion at kanal3.tv. Kanal 3, Ihr regionales Fernsehen.